Peri Rodan Vega Teil 9 Leuchtfeuer auf Grabor Flack Von Arno Entler Gelesen von Martin Bross Die Hauptpersonen Peri Rodan Der Terraner entzündet ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit Jillian Weatherby Die Raumpilotin hat den Finger am Abzug Kilian Gavril Der Wissenschaftler konstruiert eine Falle Amildok Der Außerirdische öffnet ein Techniktotem Die Terraner auf Raubzug Sie legen eine Falle aus Seit mehr als dreieinhalb Jahrtausenden bereisen die Menschen den Weltraum und erforschen die Wunder des Universums Sie sind faszinierenden Fremdvölkern begegnet, haben zahlreiche Welten besiedelt und kosmische Geschichte gestaltet Als im Jahr 2059 neuer galaktischer Zeitrechnung Peri Rodan zur blauen Sonne Vega reist, erlebt er mit, wie die zuvor unbekannten Makani das System von der Milchstraße abriegeln Um die Gegner abzuwehren, müssen Rodan und seine Gefährten einem neuen galaktischen Rätsel nachspüren Mit ersten Antworten kehrt Peri Rodan von dieser Mission zurück Aber in der Zwischenzeit haben die Makani eine Gewaltherrschaft etabliert Das ist ihnen jedoch nur gelungen, weil sie mächtige Helfer haben Peri Rodan will einen Keil in dieses Bündnis treiben und den Gegner dadurch entscheidend schwächen Er legt eine Falle aus und entzündet ein Leuchtfeuer auf Grabor Flack Kapitel 1 24. Juli 2060 NGZ Pigel Der Wind trieb Sand mit sich Eine dauerhafte Brise aus Südwest hielt Myriadenkörner unterschiedlicher Größen und Formen gefangen Im Licht der Sterne flirrten sie Steile Felswände, teils zerklüftet, an anderen Stellen glatt geschmirgelt, gaben die Richtung vor So peitschte die Böe durch das kurvenreiche Tal Der Sand prasselte gegen Gestein, ein leises Heulen erklang, sobald der Luftstrom eins der zahlreichen Löcher streifte Urplötzlich verlor der Wind an Kraft und ebbte Momente später vollends ab Der Sand rieselte zu Boden, bedeckte das Rinnsaal in der Mitte des Wades mit einer dünnen Pulverschicht, die rasch versank Wenige Dutzend Meter voraus endete der verdorrende Bach in einer flachen Pfütze und versickerte Zu beiden Seiten des Wasserlaufs wucherten verkrüppelte Büsche und einige kahle Stämme Für eine kräftigere Vegetation reichte das spärliche Wasser nicht aus In der Felswand links von der Pfütze, in etwa sechs, sieben Metern Höhe, schob sich ein langgezogener Kopf aus einer der Höhlen Eine Echse mit übergroßen Augen, die sie eindeutig als nachtaktiv kennzeichneten Sie spähte umher, öffnete das Maul Im fahlen Sternengefunkel blitzten eckige Zähne auf Die Echse fauchte, hielt nach Beute Ausschau Vorsichtig verließ sie den Bau, schlängelte heraus, bis zunächst ein, dann zwei und schließlich ein drittes Beinpaar sichtbar wurden Als habe sie Saugnäpfe unter den vierzähigen Pfoten, kletterte sie ohne ein einziges Abrutschen bis hinunter in den Geröll und staubbedeckten Grund Vollkommen geräuschlos durchkämmte sie das nahezu ausgetrocknete Tal Ein Schwarm Insekten, recht große, libellenartige Exemplare, surrte heran Das am Boden kauernde Reptil öffnete in hungriger Erwartung langsam das Maul und spannte die Beinmuskulatur an Immer näher kam die brummende Formation zu nah Die Echse sprang, erwischte in vollem Flug mehrere Insekten auf einmal Der Schwarm fegte auseinander, als habe eine Explosion in seiner Mitte stattgefunden Zufrieden mit dem Jagderfolg schluckte die Echse hastig Es donnerte dumpf Das Reptil hob den Schädel und verharrte bewegungslos Donner? Gewitter? Regen? Würde Wasser in das Wadi einschießen? Mehr Instinkt als Gedanke Was die Augen jedoch sahen, war nur der sternenklare Nachthimmel Eine warme Böe irritierte die Echse Der Wind nahm wieder an Kraft zu Schnell brachte sich die Echse in Sicherheit Hetzte in Richtung des Hangs Hinauf zur Höhle und kroch rückwärts in das enge Loch Nur der Kopf ragte noch hinaus Unbekannte Geräusche erschreckten das Tier Es wich noch ein Stückchen zurück Nichts war zu sehen Und doch ertönte ein niederschwelliges Brummen Eine Vibration der Atmosphäre, die sich in den Boden fortsetzte Und den Grund schwach erschütterte Sand und kleinere Brocken lösten sich aus dem Hang Rieselten hinab ins Wadi-Tal Der Lärm intensivierte sich Staub wirbelte auf Es knackte laut, als an vier Stellen Steine zermahlen wurden Die Echse zog sich tiefer in ihren Bau zurück Gefahr Ein Instinkt, der noch mächtiger in ihr tobte, als die Stille zurückkehrte Es summte Mitten in der Luft bildete sich ein Riss, aus dem ein blendender Lichtstrahl stach Und die Nacht durchschnitt Der Spalt vergrößerte sich Eine Rampe wurde erkennbar, die sich auf den Grund senkte Zwei humanoide Gestalten kamen über die Rampe ins Freie Wir hätten näher an Andalbaug landen sollen Erklang eine gereizte, männliche Stimme Warum so vorsichtig, Perry? Selbst Jillian ist meiner Meinung Instinktiv wich die Echse weiter zurück Die Furcht vor dem Unbekannten wurde übermächtig Das Wadi gehörte nun ganz den seltsamen Wesen Von denen eines seit mehr als 3700 Jahren auf den Namen Perry Rodan hörte Rodan sog den Duft der Wüstennacht ein und genoss den Augenblick Kilian Gavril schnaubte entnervt, weil er keine Antwort auf seine Frage erhalten hatte Perry? Versuchte er es erneut Weil wir keine unnötige Aufmerksamkeit erregen wollen, Kilian Begründete Rodan seine Entscheidung mit geschlossenen Augen Selbst mit aktiver Volltarnung könnte man die Spacejet aufspüren Schon allein die Luftbewegungen würden Alarm auslösen Die Stadt steht unter der Kontrolle der Makani Unsere Aktion sollte daher möglichst geräuschlos ablaufen Gavril schüttelte den Kopf Warst du schon mal hier? Fragte Rodan leise Auf Pegel? Nein Kannst du es nicht genießen? Die Luft? Die Nacht? Das Neue? Ich weiß noch, wie es damals für mich war, als wir das Wegersystem zum ersten Mal besucht und das galaktische Rätsel gelöst haben Es ist so lange her Rodan erwartete nicht, dass der egozentrische Wissenschaftler die Emotionen nachempfinden konnte Gavril gönnte ihm nicht mal eine Antwort Stattdessen drang Lärm aus dem geöffneten Außenschott der Spacejet Drei Roboter geleiteten eine Antigrafplattform ins Freie, gefolgt von zwei diskutierenden Terranern Jillian Weatherby machte eine gute Figur in ihrem Raumanzug des Typs Serun und schien voller Vorfreude auf den Raubzug zu sein Neben ihr tauchte Nahot van Roda auf, ein bulliger Techniker, der zusätzlich über Gefechtserfahrung im Nahkampf verfügte Die beiden stritten sich, wer das letzte Sparring an Bord der Markus Everson gewonnen hatte Ich habe den Kampf nicht abgebrochen Widersprach van Roda, der dicht hinter der Plattform ging Mein Klopfen auf den Boden war der Tatsache geschuldet, dass ich nicht vor Schmerzen schreien wollte So, so Weatherby lächelte grimmig Ein erwachsener Mann, der von einer Frau auf die Matte gelegt wird, suchte nach einem Ventil für seine Schmerzen? Also zu meiner Zeit Sie stoppte den Exkurs selbst Nahot, ich habe ein dreifaches Klopfen gehört Ein eindeutiges Zeichen, dass du um Gnade gebeten hast Ich hätte mich befreien können Aber du wolltest keine Frau schlagen? Weatherby lachte noch, als sie neben Rodan und Gavril anlangten Geht es los? Fragte sie Rodan nickte Wir setzen die Roboter auf die Transportplattform und Gavril und dich dazu Nahot und ich bilden die Vorhut Weatherby runzelte die Stirn Jemand muss auf Kilian aufpassen Er war selten im Außeneinsatz Ergänzte Rodan, bevor sie sich beschweren konnte Einverstanden? Die Raumpilotin aus ferner Vergangenheit hob die Hände und signalisierte Einverständnis Alles klar Kilian Auf die Plattform, bitte! Rief Rodan und wies die Bordpositronik der Spacejet an, die Rampe einzufahren und in Alarmbereitschaft zu verharren Rodan flog mit Hilfe des Antigraf-Aggregats seines Seeruns etwa 50 Meter vor der Plattform her und nutzte die vollständige Sensorik seiner Einsatzmontur, um mögliche Gefahren frühzeitig aufspüren zu können Doch die Wüstenlandschaft von Pigel zog unter ihnen vorbei, ohne dass jemand aufgetaucht wäre Die Minuten reihten sich zu zwei Stunden, bis in der Ferne die Umrisse der Stadt Andalbaug sichtbar wurden Kantige Quader, zusammengewürfelt und in die Wüste geworfen, umgeben von einer nahezu prähistorisch anmutenden Stadtmauer, die nutzlos wirkte und von nur einer Handvoll schwacher Lampen beleuchtet wurde Auch von den Wohnblöcken dahinter drang nur wenig Licht aus den Fenstern oder den Gassen zwischen den Häusern Es war mitten in der Nacht Die Bewohner schliefen Vielleicht zogen sie es vor, nicht die Aufmerksamkeit der Besatzer zu erregen Gut für unser Vorhaben, dachte Rodan und nutzte die Ortungssysteme des Seeruns, um nach Wachen oder Patrouillen zu suchen Am westlichen Stadtrand bewegten sich einige Makani-Roboter ähnlicher Art und Gestalt, wie die Maschinen, mit denen sie bereits auf Richia Bekanntschaft gemacht hatten Van Roda gab ein Warnsignal Ein Roboter-Duo näherte sich aus Richtung der Stadt Die humanoid geformten Konstruktionen wurden von den Makani als Kampfeinheiten eingesetzt Nicht zum ersten Mal stellte sich Rodan die Frage, warum ein Volk, das, wie er seit kurzem wusste, selbst robotischer Herkunft war Und das war das, wie er in der operated Untertitelung des ZDF, 2020